Die Anforderungen an Trainer in der Weiterbildung haben Sie seit der Einführung digitaler Lerntechnologien stark verändert. Heute reicht es nicht aus, kompetent Präsenztrainings durchzuführen. Moderne Trainings- und Seminarkonzepte erfordern auch digitale Lerneinheiten. Stehen Sie vielleicht selbst vor der Herausforderung, Ihre Trainingskonzepte zu überarbeiten? Oder wollen Sie vielleicht auch neue Märkte erschließen und eigene E-Learning-Materialien erstellen und auch anbieten? In meinem Kurs erwerben Sie die Kompetenz, E-Learning als ein Teil Ihrer Trainingskonzepte zu planen, zu erstellen und auch durchzuführen. Dabei lernen Sie nicht nur Methoden und didaktische Ansätze, die speziell für digitale Medien entwickelt worden sind, sondern Sie erfahren auch, wie Sie Ihre bewährten Methoden und Trainingskonzepte an digitale Medien anpassen können. Ich bin Hedwig Seipel und seit 2001 freiberufliche und selbstständige E-Learning-Expertin, Marketingberaterin, Coach und Trainerin. Was erwartet Sie in meinem Online-Kurs? Sie lernen, wie Sie Methoden, Interaktivitäten, inhaltliche Gestaltungselemente effizient aufeinander abstimmen und Ihre Trainingskonzepte integrieren. Außerdem werden wir uns damit beschäftigen, wie wirtschaftlich und nachhaltig Blended-Learning-Konzepte sind. Damit Ihre Lerninhalte immer rechtskonform bleiben, erfahren Sie auch die wichtigsten Grundlagen zum Urheberrecht und bekommen Tipps, wo Sie Bilder, Fotos, Musik und Grafiken aus dem Internet auch herunterladen können. Darüber hinaus erfahren Sie in der sogenannten Werkzeugkiste des E-Trainers, wie Sie Tools, die im Internet auch teilweise frei zur Verfügung stehen, für die Erstellung Ihrer Inhalte nutzen können. Selbstverständlich werden Sie auch alle Schritte, die Sie in diesem Online-Kurs auf dem Bildschirm sehen, auch selber ausprobieren und nachvollziehen können. Wollen Sie jetzt als Trainer, Berater oder Coach Ihr eigenes Leistungsportfolio um E-Learning erweitern? Ich lade Sie sehr herzlich zu meinem Kurs ein. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Online-Kurs vom Trainer zum E-Trainer. In der ersten Lecture werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, ob E-Learning für Trainer überhaupt ein Thema ist und ob Trainer E-Learning überhaupt brauchen. Was erwartet Sie? Wir werden uns zuerst mit dem zeitlichen Aspekt in der Entwicklung von digitalen Lernmedien ein wenig beschäftigen. Denn noch länger zu warten, bis Sie moderne, digitale Medien in Ihren Lern- und Trainingskonzepten einsetzen, das würde ich nicht tun. Nämlich, die Zeit rennt und wir schauen uns, wie schnell sich in den letzten 50 Jahren die Technologie verändert hat. Hinter E-Learning verbergen sich ganz viele Medien und auch Technologien. Diese schauen wir uns dann im Einzelnen genauer an. Und am Ende beschäftigen wir uns nochmal mit der Frage, welche wichtige E-Learning-Komponenten für Trainer überhaupt Sinn haben und wo wird E-Learning überhaupt eingesetzt. Die zeitliche Entwicklung der digitalen Medien hat schon ganz früh begonnen. Aber wissen Sie, wie viel Zeit verging von der ersten Steintafel mit den ersten Wörtern und den ersten Hieroglyphen auf dieser Tafel? Es vergingen viereinhalbtausend Jahre, bis der Mensch ein Buch entdeckt hat und Buchdruck beherrscht hat. Dann waren es nur noch 500 Jahre bis zum ersten elektronischen E-Book.